Wir reden über den VfB, ein Fußball-Podcast des Zeitungsverlags Weiblingen, gemeinsam mit die Neue 107. Schande, aber wir sind jetzt auf dem besten Weg und wir haben eine tolle Folge für euch vorbereitet, denn wir haben sage und schreibe vier Spiele, die wir quasi besprechen, respektive vorschauen. Aber bevor wir das alles tun, Simi, wir haben eine ganz gute Nachricht für euch, nämlich Stifte raus, Kalender raus. Ich bin schon ganz nervös. Smartphones raus, wir reden über den VfB, live on stage, zweite Auflage, wir haben einen Termin, wir haben eine Location, wir haben Gäste. 21. November, 19 Uhr, im Kalerluna in Schorndorf, genauso wie im Frühjahr. Setup, genauso wie im Frühjahr, wir haben richtig Bock, das hat so viel Spaß gemacht mit euch, mit unseren Gästen. Ich glaube 90 Minuten plus Nachspielzeit haben wir gefüllt, das werden wir denke ich in diesem November auch hinbekommen. Also nochmal Stifte raus, 21. November, 19 Uhr, Kalerluna, Schorndorf, viel Spaß haben. Ja, also, Danny, besser wird es ja nicht. Donnerstagabend, es ist ja Länderspielpause, also da unter der Woche sind glaube ich nochmal Montag, Dienstag Länderspiele, aber da ist kein Termin. Also Leute, ihr müsstet Zeit haben. Und dann Dennis Beyer ist dieses Mal hoffentlich am Start. Also der hat der letzte Mal. Eigentlich kein Grund nicht da zu sein. Der war letztes Mal glaube ich bei West Ham mit Freiburg. Ja. Ne, was war das? Doch, Europa League. Und dann haben wir natürlich wieder Butze am Start vom Vertikalpass. Wir haben Michael Bolli, Bollenbacher vom SWR. Wir haben natürlich The One and Only Daniel Haug und dann natürlich uns zwei Kasper. Also es wird wieder ein super Live-Podcast. Ich freue mich richtig, denn ich habe jetzt schon Lust. Knapp drei Wochen, dreieinhalb Wochen ist schon wieder soweit. Deswegen bin ich sehr gespannt. Wir organisieren gerade das Ganze drumherum, die Inhalte. Ich habe sehr, sehr Bock und ihr könnt euch auch auf eine schöne Social-Media-Kampagne freuen, die dann in den nächsten Wochen in eure Timelines rein droppen. Respekt, Simi. Jetzt haben wir wieder viele Hörer verloren. Nein, aber das kommt auf euch zu. Wir ballern euch damit zu. Also noch einmal, 21. November, Kala Luna, freier Eintritt. Wir verlangen da nichts. Wir freuen uns, wenn ihr kommt. Der Matthias freut sich. Super Wirt, super Location, super Gäste, super Thema. Was soll da noch schief gehen? Also, aber wir haben heute gleich vier super Themen für euch. Und bevor wir da richtig tief reinsteigen in die Analyse zum Pokalspiel, Kiel, Ausblick, Bergamo, Leverkusen und so weiter und so fort, gehen wir ganz kurz ab in die Werbung. Denn ein letztes Mal in diesem Werbe-Blog, wir vermarkten das ja gerne in so Blogs, wird die Folge euch heute präsentiert vom Akku-Shop aus Korb. Also eure Fachhändler für Akkus, für Batterien, für Ladegeräte, für Netzteile mit angeschlossenem Dart-Shop. Große Klasse, Simi. Wir waren dort. Wir haben es uns angeschaut. Richtig gute Sache im Riebeisen 3 in Korb. Super modernes Lagerzentrum inklusive schicker Laden. Und für euch noch die Möglichkeit, wir haben heute Mittwoch, den 30. Oktober, bis zum 31. Oktober, gibt es eine Aktion mit dem Code ZVW. Könnt ihr nämlich was bestellen. Ab einem Mindestbestellwert von 20 Euro gibt es 10% Rabatt. Auf akkushop.de. Das ist die Internetadresse, wo ihr wirklich eine wahnsinnige Auswahl findet. Ich habe da mal vorbeigeschaut, da gibt es ja alles. Also egal, für was ihr einen Akku braucht, ihr findet da wirklich alles. Und wir waren ja auch in dem Laden. Die haben ja so ein neues, wie nennt man das, Lagersystem. Elektronisch läuft alles ab. Die geben eine Nummer ein und dann fährt da in dem Lager irgendeine Maschine hoch und runter und sammelt die. Also das ist sehr, sehr modern gemacht. Nagelneujahr, wir waren vor Ort. Also schaut mal vorbei, akkoshop.de. 10% Rabatt bis morgen 31. mit dem Code ZVW. Ich würde sagen, schlag zu. Ich schaue auch nochmal rein, ob ich irgendwas Schönes finde. Ich glaube, eine Batterie für meinen Renault Zoe, den ich mir jetzt neu gegönnt habe. Ich bin ja jetzt unter den E-Auto-Fahrern. Die gibt es da wahrscheinlich nicht, aber alles andere findet man. Falls du ein E-Bike mal schlapp machst, kannst du da bestimmt einen Ersatzakku organisieren. Nein, es gibt wirklich eine Wahnsinnsauswahl. Schaut gerne mal vorbei. Der Laden ist super, die Homepage sowieso. Und dann gibt es noch einen Rabattcode. Also worauf wartet ihr noch? Wir sagen danke für die Unterstützung. War eine coole Partnerschaft, hat uns sehr gefreut. Nächste Woche kommt ein neuer Partner, wo wir uns auch sehr drauf freuen. Und ihr dürft euch jetzt auf die Folge freuen. Denn, auch wir sind total in diesem, ja, manche sagen dreifach oder sogar vierfach Belastung, wenn man die Länderspiele mit reinnimmt. Wir müssen zurückblicken auf das Bundesligaspiel gegen Kiel. Wir müssen zurückblicken aber zunächst einmal auf die Aktualität. Dienstagabend, zweite Pokalrunde. Simi, du saßt im Stadion. Es wurde ein 2 zu 1 gegen den ersten FC Kaiserslautern. Zweitligist und die großen Themen, die wir besprechen müssen, haben vielleicht so die Überschrift, ja, viel Rotation. Neun Startelfwechsel gab es im Vergleich zu dem Kiel-Spiel. Unter dem Strich steht ein Sieg, ein Weiterkommen. Das ist das Hauptziel im Pokal immer sowieso. Schönheitspreise gibt es dann nicht. Ich schmeiße jetzt nichts ins Phrasenschwall, das haben wir nämlich weggeräumt. Was waren so deine Gedanken, deine Eindrücke, die du aus diesem Spiel mitten im Simi? Boah, das ist aber ein weites Spektrum, das du hier von mir verlangst. Also ich glaube, zuerst einmal hast du es richtig angesprochen. DFB-Pokal, zweite Runde. Siehe BVB. Man kann auch scheitern. Musstet das so früh in der Sendung sein? Ja, das muss so früh sein. 1-0 verloren in Wolfsburg, Danny. Was ist mit diesem BVB los? Ich meine, ich glaube, viele VfB-Fans da draußen freut es sehr, dass Seru Gerasi und Waldemar Anton jetzt nicht allzu erfolgreich sind in Dortmund. Aber was ich damit sagen will, ist, die zweite Runde im Pokal ist super eklig. Also da sind schon andere Teams gescheitert. Kiel als Bundesligist ist rausgeflogen in Köln. Sehr unangenehm dort zu spielen. Heute sind noch einige Spiele, wo ich sage, boah, da wird es ein bisschen kappelig. Also deswegen Runde überstanden. Der VfB steht im Achtelfinale des DFB-Pokals. Das ist eigentlich unterm Strich alles, was zählt. Aber natürlich schreibt so ein Spiel trotzdem ein paar Geschichten. Und ich glaube, die prägnanteste Geschichte ist diese Rotation, die Trainer Sebastian Hoeneß vollzogen hat vor dem Spiel gegen die Lauterer. Neun Startelfwechsel. Ich erinnere mich, wir saßen in der Mixzone mit den Kollegen von der Bild-Zeitung, Julian Agardi, Felix Arnold, natürlich Daniel Haug war am Start. Und wer sonst? George Moisides vom Kicker. Wir saßen alle am Tisch, haben erstmal schön was gegessen und so ein bisschen geschnackt über das Spiel. Und von allen war so, hey, wir sind sehr gespannt, wie die Aufstellung aussieht. Und dann war irgendwann so, ist die Aufstellung jetzt endlich draußen? Und wann sehen wir denn endlich, wer spielt? Und alle waren sehr, sehr gespannt, was Trainer Hoeneß macht. Weil er hat ja auf der PK angekündigt, dass er rotieren wird. Und dann kommt die Aufstellung und wir schauen so drauf und denken so, wow. Und dann haben wir erstmal durchgezählt. Eins, zwei, drei. Und dann sind wir bei neun gelandet. Neun Veränderungen im Vergleich zum 2-1-Sieg gegen Kiel. Das ist nicht nur ein bisschen wie gegen Kiel. Da waren es, glaube ich, drei Veränderungen, hast du gemeint. Ja. Neun Veränderungen. Das ist schon ein hartes Brett. Ein großes Stück. Und wir haben uns schon vor dem Spiel gedacht in der Mixzone, das ist schon ein Risiko. Also wenn das mal nicht schief geht. Franz Kretzig hat gespielt, defensive Mittelfeldpositionen. Dafür Angelo Stiller auf der Bank. Ey, der braucht eine Pause irgendwann mal. Also das kann ja so nicht weitergehen. Aber da waren so ein paar Sachen wieder. Also Franz Kretzig, DM, finde ich, war ein Risiko. Weil ist ja eigentlich Linksfuß und spielt auf der Mittelstädtposition. Kann auch die Wingback-Position spielen. Aber im Zentrum, im Pokal gegen einen Zweitligist, der ernst zu nehmen ist. Kaiserslautern hat das Wochenende davor beim Tapellenführer Fortuna Düsseldorf mit 4-3 gewonnen. Das ist keine Karnevalstruppe, die da kam. Und dann auch in der Abwehr Kalle Stenzel hinten rechts, hinten links Ramon Hendricks, wie schon in München. Das ging jetzt nicht ganz so hervorragend auf, dieses Konzept. Aber da waren einige Veränderungen. Und nichtsdestotrotz, vor allem in der Offensive, war genug Qualität da. Du hattest mit Chris Führig und Fabian Rieder auf den Außenbahnen zwei EM-Fahrer. Muss ich dazu noch was sagen? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht, ne. Mit Nick Voltemade hattest du U21-Nationalspieler von Deutschland hinter der Spitze. Du hattest mit Ermedin Demirovic den diesjährigen Rekordeinkauf nach Dennis Undorf beim VfB. Bosnischer Nationalspieler, Kapitän dort. Also vor allem in der Offensive, die war stacked, wie man so schön sagt, im Amerikanischen oder Englischen. Und trotzdem ist, glaube ich, die Moral von der Geschichte nach diesem Spiel, die zweite Reihe hätte es richten sollen. Am Ende hat es aber dann doch die Stammspieler gebraucht, damit es zu einem Sieg kommt. Und ich glaube, das ist die Moral von der Geschichte, ne. Dann lass uns doch mal ins Spiel reingehen. VfB geht in Führung. Dann kriegen wir wieder dieses Thema VAR-Schiedsrichter. In dem Fall eher Schiedsrichter-Thematik, weil zweite Pokalrunde, es gibt überhaupt keinen VAR. Also VfB ist in der Spur. Eklig ist es immer. Zweite Pokalrunde gegen den Zweitligisten, der auch noch gut organisiert ist. So, viele Wechsel. Ich widerspreche dir gleich. Wegen? Die waren nicht nur in der Spur. Die waren die ersten 25 Minuten. Das war ein Klassenunterschied. Ein Klassenunterschied? Jaja, die waren richtig griffig. Wir haben auf der Pressetribüne gesprochen und meinten so, ey Leute, das wird heute hier ein ganz entspanntes 4-0. Also, no joke. Der VfB hat lautern ganz, ganz tief in die eigene Hälfte gedrückt. Das 1-0 durch Nick Woltemar, das war nur logisch in der Konsequenz. Auch danach, Ermedin Demirovic hat die große Chance aufs 2-0 stark gehalten vom lauteren Keeper. Die Stuttgarter hatten wirklich alles im Griff. Also es war wirklich hier ganz klar zu sehen, wer ist der Bundesligist, wer ist der Zweitligist. Und ich muss sagen, da wäre ich noch nicht auf die Idee gekommen, hier im Podcast zu sagen, der zweite Anzug, der hat nicht so gesessen gestern Abend. Weil die ersten 25, 28 Minuten waren ganz, ganz klar auf Stuttgarter Seite. Die hatten über 70 Prozent Ballbesitz in dieser Phase und waren klar dominant. Und dann kam dieser Bruch im Spiel, den du, glaube ich, gerade ein bisschen ansprechen wolltest. Ja, diese bescheuerte, also das ist ja wirklich, ich weiß gar nicht, wie groß wir die Thematik heute machen sollen. Also ich sehe eine Parallele zum Kiel-Spiel jetzt zum Beispiel, wo jetzt, ich würde nicht sagen, doch, es war schon auch phasenweise ein Klassenunterschied und das Thema Chancenverwertung kam halt drauf. Du hast es im Griff gehabt, gehst in Führung, Kiel machst du sogar das zweite dann und dann war das Spiel eigentlich durch. Und dann hast du dich durch die Schabot-rote Karte, gelb-rote Karte aufs falsche Gleis setzen lassen. Gegen Kaiserslautern war es wieder unter Beteiligung des Schiedsrichters dieses Mal aber eine klare Fehlentscheidung, die aber nicht korrigiert werden konnte, weil es keinen VAR gibt. Wir müssen hier, denke ich, wieder das Thema Qualität des deutschen Schiedsrichtertums aufmachen, denn meine Beobachtung vom TV-Gerät, das muss ein Bundesliga, Zweitliga, Drittliga, Regionalliga-Schiedsrichter sehen, dass das kein Strafstoß ist. Also das Foulspiel deutlich, deutlich außerhalb. Nichtsdestotrotz, Elfmeter für Kaiserslautern, die Verwandeln natürlich sicher, dankbares Geschenk. So, jetzt liegt es an dir, wie groß machen wir die Schiedsrichter-Thematik heute? Wir müssen es groß machen, weil es auch auf der PK ein großes Thema war. Also zuerst müssen wir über den Schiedsrichter an sich sprechen. Also Daniel Schlager hat ja eine spannende VfB-Vergangenheit. Also wenn wir zurückschauen auf die Spiele des VfB, er hat den VfB gepfiffen gegen Gladbach am letzten Spieltag, vergangene Saison, 4-0, klarer Sieg, da kann gar nichts schieflaufen. Bei allem Respekt, das Spiel hätte auch ich pfeifen können. Auf jeden Fall, die vergangenen Spiele davor, bei jedem Pokal aus in den vergangenen zwei Jahren war Daniel Schlager, der Schiedsrichter. Vor zwei Jahren im Pokal, 2-3-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt. Da gab es diese Elfmeterszene in der Nachspielzeit. Ito schießt, weiß nicht mehr. Wann-Handspiel, der schaut es sich an im VAR, schaut es sich an und gibt keinen Elfmeter. Und deswegen fliegt der VfB raus. Hauptrolle am Ende Daniel Schlager. So, springen wir ein Jahr weiter. Letztes Jahr, Pokal, Viertelfinale in Leverkusen. Auch eine 2-3-Niederlage, wo Jonathan Tarr, erinnerst du dich, auch tief in der Endphase des 3-2-Macht. Und da gab es den Herrn Robert Antrich, der zuerst Karasor im Mittelfeld fällt, dafür Geld bekommt und dann Enzo Mio so angeht, dass du sagen musst, klarer Platzverweis. Auch da Daniel Schlager, Hauptrolle. Und wer macht dann nachher den Ausgleich? Robert Antrich. Also, Daniel Schlager hat eine VfB-Vergangenheit. Und deswegen haben viele Fans und auch die Verantwortlichen beim VfB bestimmt bei diesem Namen ein bisschen Herzflattern bekommen. Und dann kommt eben dieser Daniel Schlager und steht bei der Elfmeter-Szene so perfekt. Er hat eine super Sicht, oder? Er steht so perfekt. Also, er stand ungefähr drei Meter hinter der 16er-Linie, weil es war ja eine Ecke. Dem Vorausgegangen war eine Ecke. Das heißt, der Schiedsrichter steht immer so drei, vier Meter hinter dem 16er und dann auf der Seite, von wo die Ecke kam, nämlich von links. Also, er stand genau an der Kante zur Strafraumlinie, wo das voll passiert ist. Es waren vielleicht zwölf, dreizehn Meter Luftlinie und kein Spieler dazwischen, weil nach dem Eckball ja alle Spieler noch im Zentrum standen. Er hatte freie Sicht, er stand zehn, zwölf Meter von der Szene entfernt. Er muss das sehen. Und wenn er es nicht sieht, da gibt es ja auch noch so was, Linienrichter, vierter, offizieller. Und der Linienrichter, der hat ja quasi diesen langen Blick auf die Szene, weil er ja so ein bisschen diagonal versetzt an der ... Einer muss es sehen. Hey Leute, ganz ehrlich, es geht hier ... Und das ist das, was mich so nervt, ist hier kein Kreisliga-Kick. Es geht hier um den DFB-Pokal, es geht um viel Geld, es geht ums Erreichen des Achtelfinals. Und die sehen so eine glasklare Szene nicht. Und Sebastian Hoeneß in der Mixzone, ich weiß, äh, nicht in der Mixzone, sorry, im TV an der Seitenlinie hat man es gesehen. Der ist mit erhobenem Zeigefinger ... Weil er ja auch super Licht auf diese Szene hatte. Er konnte es ja genau sehen von seiner Coaching-Zone aus. Jeder sieht es, außer der Schiedsrichter. Und genau diesen Satz habe ich schon gesagt in Wolfsburg, als Maxi Arnold Karasor fault. Und nicht andersrum. Also, das Schiedsrichterwesen und generell die Schiedsrichter, die geben überhaupt kein gutes Bild ab. Und es ist nicht das erste und nicht das zweite und nicht das dritte Spiel. Denn in dieser Saison, wo die Schiedsrichter eine Hauptrolle einnehmen, durch eine ganz klare, krasse Fehlentscheidung, und das tut mir unglaublich weh, weil ich war selber früher Schiedsrichter. Selbst wenn du ein E-Jugendspiel pfeifst, in Rommelshausen auf irgendeinem schäbigen Sportplatz, gibt es irgendwelche Eltern, die dich anbrüllen. Ist echt ein undankbarer Job. Aber auf dem Niveau, das sind alles Profis, sowas nicht zu sehen, ist schon grenzwertig. Und dann kommen wir eigentlich zum zweiten Punkt, nämlich zum Thema VAR. Und da hat Markus Anfang, der Trainer, der Lauterer, was Spannendes gesagt auf der Pressekonferenz. Er hat sogar den Schiri in Schutz genommen. Weil er meinte, es gibt ja kein VAR in der zweiten Runde. Und das versteht er auch, weil es technische Voraussetzungen gibt, die in so, keine Ahnung, Stadien wie, keine Ahnung, irgendein Fünftligist, das geht halt nicht. Wenn jetzt der SV Fellbach Pokal spielen würde, dann wäre das schwierig mit der Technik. Genau, es geht halt nicht. Und das Problem ist aber, der Schiedsrichter pfeift das Wochenende davor in der Bundesliga und hat diese Unterstützung und weiß, hey, wenn ich falsch schläge, dann rettet mich zur Not der VAR. Und dann pfeift er drei Tage später ein Pokalspiel, auch in einem 60.000 Menschen gefüllten Stadion, ausverkauft, gute Stimmung. Also ist es von der Atmosphäre, vom Spiel, vom Tempo kein Unterschied. Und er hat den nicht. Und natürlich verunsichert dich das auch als Schiedsrichter. Und Daniel Schlager hat sich gestern vor den TV-Mikros übrigens noch geäußert, hat seinen Fehler eingestanden und hat auch gesagt, er hat sich bei den VfB-Verantwortlichen entschuldigt und hat aber auch ganz klar gesagt, mir fehlt hier der VAR, mir fehlt hier der Eingriff. Und dann erinnere ich mich wieder an das Wolfsburg-Spiel, wo der Schiedsrichter sagt, ich hätte mir hier gewünscht, auch bei einer gelb-roten Karte greift der VAR ein. Und dann sind wir bei zwei Grundproblemen im deutschen Fußball aktuell. Sorry für den Rant hier. Zum einen die deutschen Schiedsrichter, die einfach zurzeit, finde ich, ein schlechtes Bild abgeben in der Gesamtschau. Und auf der anderen Seite ein VAR, der in Wolfsburg nicht funktioniert und den es im zweiten Runde im Pokal gar nicht gibt. Also es ist grotesk irgendwie so. Aber am Ende, finde ich, führt es vor allem auf diese Qualitätsfrage. Weil VAR hin oder her, das hast du jetzt ja auch wunderbar dargelegt, er muss das sehen. Punkt. Sein Assistent muss es sehen und wegen mir der vierte Assistent oder sonst wer. Und ja, irgendwie sind wir da an einem toten Punkt der Debatte angelangt. Weil jedes Wochenende Bundesliga, zweite Liga, dritte Liga gibt es teils haarsträubende Entscheidungen, teils unter VAR-Beteiligung, teils ohne VAR. Ich verstehe nicht, wie der DFB und auch die Vereine dem Ganzen mehr oder minder tatenlos jede Woche zuschauen und sich danach aufregen müssen. Also irgendwie schreit das doch nach einem großen, runden Tisch mal. Vereine, Schiedsrichter, DFB, DFL, wer da sonst noch alles sitzen möchte. So können wir nicht weitermachen. Nee, und ich stelle die stolzste These aller Thesen auf. Ich glaube, der VAR hat die deutschen Schiedsrichter schlechter gemacht. Ich glaube, die These kriegst du mit sehr viel Material unterfüttert. Eure Meinung da draußen ist natürlich auch gerne gesehen. Schreibt mal in die Kommentare rein. Speziell zur Szene gegen Kaiserslautern. Wie seht ihr? Ja, muss er das sehen? Ist da der VAR? Da wünscht man ihn sicher vielleicht als Fan. Am nächsten Wochenende verteufelst du ihn wieder. Einfach mal eure Meinung da rein. Aber allein, dass der Daniel Schlager danach vorm TV sagt, ich hätte mir den VAR gewünscht, damit er mich korrigieren kann. Da muss ich sagen, ey Kollege. Ich hätte mir gewünscht, dass du es siehst und deinen Job machst. Ich hätte mir gewünscht, dass du als Bundesliga-Schiedsrichter das siehst. Also das zeigt auch wieder, die verlassen sich auf den VAR, dass er ihre Fehler korrigiert. Ich glaube, das hat die Schiris schlechter gemacht. Ja, ich glaube es auch. Ich würde die These unterschreiben. Eure Meinung gerne gesehen. Lass uns mal wieder den Bogen zurück zum Spiel finden. Denn was ja positiv zu bemerken ist, so eine Entscheidung, kurz vor der Pause war es ja auch noch, das kann dich auch ein Stück weit aus der Bahn werfen. Diese Widerstände gab es und der VfB hat sie überwunden. Unter erhöhtem Kraftaufwand. Das ist deine Überschrift über dieses Spiel so ein bisschen gewesen. So zweite Reihe, ganz okay. Aber es hat nicht gereicht, denn der Sieg wurde ja mehr oder minder eingewechselt. Deine entscheidenden Faktoren. Wer waren die entscheidenden Spieler, die dann kamen? Stiller ist, denke ich, zu nennen. Ja, Angelo Stiller und Dennis Unterf wurden beide zeitgleich eingewechselt. Das waren die ersten Wechsel, die Trainer Sebastian Hoeneß vorgenommen hat. Beim Spielstand von 1 zu 1, wohlgemerkt. Genau, und auch bei einem Spielstand, wo Ache, also Ragnar Ache vom 1. FC Kaiserslautern, zwei riesen Chancen hatte auf den Führungstreffer. Also das war jetzt nicht so, dass der VfB aus der Pause kam und sofort wieder auf dem Gaspital war, sondern Kaiserslautern war in der Phase so Mitte 50. Minute näher am Führungstor als der VfB Stuttgart. Das musst du dir mal geben. Und das ist ja der Punkt, wo ich sage, der zweite Anzug des VfB Stuttgart, es war, Zitat Hoeneß, alternativlos, diese Wechsel vorzunehmen. Alternativlos, weil, können wir kurz erklären, oder? Die Spieler, die sind am Anschlag. Also Spieler wie Undaf, auch wie Chabot und so weiter, die spielen... Guck mal, Stiller. Stiller auch, ja. Stiller spielt jedes Spiel und ist auch noch Nationalspieler. Volle Intensität. Also der kriegt ja keine Pause sonst. Also Karasor wurde ja schon rausgenommen, gegen Kiel hat eine Pause bekommen, jetzt war Stiller dran im Pokal. Das ist alternativlos, weil du musst deinen Spielern ja Ruhepausen gönnen. Das wird ja sonst nichts. Die sind ja komplett überlastet. Und dann gibt es Überlastungsreaktionen, wie bei einem Kandidaten, Joshua Wagnermann, der ja ständig Überlastungsreaktionen im Mittelfuß hatte. Der wurde ja auch rausgenommen. Also du musst deine Spieler schonen. Und deswegen, es war alternativlos, so viel zu rotieren. Ich glaube einfach nur, dass sich die Verantwortlichen beim VfB gewünscht hätten, dass dieser zweite Anzug, die zweite Reihe, dass die Ersatzspieler das Spiel schon früher zumachen. Und das gar nicht nötig ist, Spieler wie Dennis Undorf, Angelo Stiller reinzubringen, um das Spiel dann zu drehen. Weil als dann die Spieler zur Bank liefen und da nehmen ja immer oder heben immer, ich glaube, Hoeneß und sein Co-Trainer heben die Trikots hoch, Richtung Auswechselspieler, wer kommt. Und dann ist ja ein riesiger Jubel im Stadion entbrannt, als diese Spieler zur Auswechselbank gelaufen sind. Und da war das Spiel an so einem Turning Point, wo ich mir so dachte, okay, wenn die jetzt diese Spieler nicht auf der Bank hätten und nicht bringen würden, dann hätten sie ein großes Problem gehabt, weil dann wäre das echt offen gewesen. Und dann kommen Stiller und Undorf und das Spiel kippt komplett. Also was für einen Impact, vor allem Angelo Stiller auf der Sechser-Position hat, auf das Spiel, es ist, Danny ist es absurd. Also Franz Kretzig in allen Ehren, ich glaube, der ist einfach noch nicht so weit, um ein Stammspieler in der Bundesliga auf diesem Niveau zu sein. Und der wird wahrscheinlich auch nie ins Spiel geworfen, wenn es irgendwie eng ist. Weil dafür ist er einfach kein, es gibt ja diese Klatschplayer, sagt man ja auch in der NBA, wenn irgendwie die Basketballspieler, wenn die dann, wenn die einen Dreier nach dem anderen killen. Und Dennis Undorf und Stiller sind Klatschplayer beim VfB. Also als die reinkamen, das sind ja beides eher Zentrumsspieler, wie viele Bälle der Undorf festgemacht hat, vor der Abwehr, wie viele er klatschen hat lassen auf Stiller, oder wie die dann die Bälle verteilt haben. Das sah einfach ganz anders aus. Und da hat auch Markus Anfang auf der Pressekonferenz nach dem Spiel ganz klar gesagt, was die da für Qualität von der Bank bringen, da können wir einfach nichts dagegen machen. Ich meine, da wurden dann mit Enzo Mio und mit Jamie Leveling auch noch zwei Nationalspieler eingewechselt. Also da kommen dann auf einmal vier Profis aus Feld und später noch Joshua Wagnermann, die alle Top-Regal-Bundesliga sind. Und das war der entscheidende Faktor, der das Spiel gedreht hat. Und die waren natürlich dann, Angelo Stiller, Traumpässchen in die Gasse auf Demirovic vor dem Tor, steckt den da durch zwischen zwei Verteidigern. Demirovic schlägt zurück und unter, nicht unter, Quatsch, Führig, belohnt sich endlich nach einem wirklich, nach Kack-Monaten. Ich glaube, der hat seit Ende April, ist das seine erste Torbeteiligung. Er hat eine schwierige Zeit gehabt. Im Trikot mit dem VfB. Also es hat ihn sehr, sehr gut getan. Und ich bin schon wieder im Laberlauch-Modus. Ich übergebe jetzt wieder an dich, Danny. Aber was ich sagen wollte ist, wenn du Undaff und Stiller einwechselst und das Spiel kippt so dermaßen, dann weißt du, was das für Unterschiedsspieler sind. Ja, und ich würde da zwei Anmerkungen machen. Der zweite Anzug hat es nicht gerichtet. Ja, es sah so aus. Auf der anderen Seite, du kannst halt, du kannst keinen Kader bauen mit 18, 19, 20 Stammspielern. Das funktioniert nicht. Also das kannst du dir als VfB erstens auch nicht leisten, finanziell. Und zweitens ist es, glaube ich, auch für das Gefüge der Mannschaft nicht gut. Und weil du den Namen Franz Kretzig angesprochen hast, der wurde im Sommer geholt, um den ranzuführen. Und so ein Spiel, Kaiserslautern, vor 60.000, Flutlicht, ja, hat es nicht perfekt gemacht. Aber das kann man, glaube ich, von so einem Spieler auch nicht erwarten. Und wann, wenn nicht, dann führst du diese Spieler ran. Die anderen brauchen eine Pause. Du musst dieses Rotationsprinzip einschleifen in der Mannschaft. Ist ja auch ein Lernprozess, ein Reifeprozess. Auch für den Trainer im Übrigen, der ja das in Hoffenheim zwar schon hatte, mal mit der Euroleague, aber jetzt auf einem anderen und vielleicht viel, viel höheren Niveau zu managen hat. Und deswegen meinte ich vorhin auch Vierfachbelastung. Das kommt, glaube ich, ein bisschen zu kurz. Du hast halt auch mittlerweile Länderspielpausen, wo 14 Spieler nicht da sind. Und deswegen, für mich bleibt, also deine These stimmt, die zweite Reihe, es reicht noch nicht ganz, um die Spiele zu ziehen, weil das auch so ein bisschen an das Kiel-Spiel, wo wir nachher kurz drüber sprechen, anschließt, wo du auch so gemerkt hast, wo du mal rotiert und natürlich erhoffen sich die Verantwortlichen, wir rotieren, es reicht dann trotzdem, Demirovic, Stiller, wer auch immer, Karasor kriegen ihre Pausen und sind dann für Leverkusen und Bergamo fit. So, jetzt hat es dann einen Kipppunkt gegeben, Kaiserslautern, Spielstand auf der Kippe und du hast aber die Möglichkeit nachzulegen und das Spiel dann für dich zu entscheiden. Klar, Plan A wäre, du musst Stiller gar nicht bringen, sondern die zweite Reihe, wupps, du merkst aber, okay, kann ich machen, Stichwort In-Game-Coaching, ist ja auch so ein Thema, weil du BVB angesprochen hast, ich sage aber nichts zu. Er reagiert, er legt Qualität nach und dann reicht es. So, und ich habe es vorhin gesagt, blöde Phrase, zweite Runde, es gibt keinen Schönheitspreis, guck dir die letzten zehn Zweitrundenpartien im DFB-Pokal des VfB an. Das ist super scheiße und eklig und gegen Zweitligisten oder Drittligisten, du musst sie gewinnen, Punkt, Ende aus. Ich will ja auch gar nicht den Anspruch hier irgendwie erheben, dass die zweite Reihe beim VfB, dass die jetzt um Gegner her spielen müssen. Aber ich hätte mir einfach gewünscht, vor allem für die Spieler selbst, dass sie das Ding einfach ziehen. Sie hätten es vielleicht gezogen, könnten sie jetzt sagen. Ja. Ist hypothetisch. Ich bin eher bei dir, ich hätte auch gedacht so, war auch gegen Kiel dann so mein Gedanke, gut, da waren sie in Unterzahl, war nochmal eine andere Situation, du musstest reagieren nach dem Platzverweis, aber auch gegen Kaiserslautern, das ist dann halt die sichere Variante. Aber ich möchte anmerken, was für mich ein Faktor ist, den wir noch nicht so besprochen haben, diese Fähigkeit, den sie letzte Saison auch immer wieder hatten in vielen Phasen, mit Widerständen umzugehen und seien die Widerstände ein widerborstiger Gegner oder auch eine scheiß Schiedsrichterleistung, eine schlechte Schiedsrichterleistung, eine Schiedsrichterentscheidung gegen dich, du kannst es handeln. Das sind Widerstandskämpfer, die können das machen, als Team zusammen, in Zusammenarbeit mit dem Coach, der dir dann die richtigen Impulse gibt und ich finde, und da müssen wir dann dem Trainer recht geben, der in den letzten Wochen immer wieder betont hat, ja, wir hätten mehr Punkte machen müssen, wir hatten den Negativausreißer in München, aber die Stoßrichtung passt. Und jetzt, das ist ja das große Bild, das Big Picture, drei Siege in Folge. So, gegen Gegner, ja, Kiel und Kaiserslautern, aber das haben wir auch besprochen gehabt, das sind Spiele, die du ziehen musst, um deine Punkte, beziehungsweise das Weiterkommen zu sichern, weil jetzt, wir gucken nachher noch voraus, da kommt ganz schön was auf sie zu, aber du hast, finde ich, wir müssen da noch so zwei, drei Spiele ein bisschen rausheben, weil du den Namen Chris Führig schon genannt hattest und du hattest ihn auch mal thematisiert, vor zwei, drei Wochen mal in einem Textchen und er hat es ja jetzt auch nach dem Spiel bestätigt, so hat er gesagt, so das, was ich dir in den letzten Wochen gebracht habe, das waren nicht die Ansprüche, die ich auch an mich hatte. Jetzt, der Treffer gegen Kaiserslautern, tut ihm natürlich gut, siehst du ihn so ein bisschen im Kommen, ist er jetzt, wenn du die letzten Leistungen nimmst, ist er da einer, der wieder auf dem aufsteigenden Ast ist, beziehungsweise, was mir da jetzt gerade noch beim Sprechen kommt, er kann ja auf dem aufsteigenden Ast sein, so viel er will, Jamie Leveling hat es einfach besser gemacht, oder? Genau das wollte ich gerade sagen, also ja, er befindet sich auf dem aufsteigenden Ast, seine Leistungskurve zeigt nach oben, also ich finde, vor allem in den ersten 30 Minuten war er auf jeden Fall, der hat am meisten Wirbel gemacht über seine linke Seite, also hat da gute Spiele nach vorne angetrieben, immer wieder Eins-gegen-eins-Situationen gesucht und ist dann aber mit dem gesamten Team nach dem 1-1 oder auch schon nach dem Pfostentreffer durch Jokata, glaube ich war es, ist ein bisschen abgetaucht und dann hat ihm dieses Tor einfach ultra gut getan, aber was unterm Strich bleibt ist, wenn du dir die Offensive beim VfB anschaust, du kannst noch so auf dem aufsteigenden Ast sein, du hast Enzo Mio, du hast Jamie Leveling, du hast einen Fabian Rieder, der immer noch, auch nach diesem Führig-Tor, immer noch die Nase vorne hat, vor Chris Führig, dann hast du vorne drinnen Dennis Undorf, Ermedin Demirovic, da ist einfach so viel Qualität da aktuell, dass Chris Führig da nicht dran vorbeikommen wird, also ich sehe ihn da auch in Leverkusen auf gar keinen Fall in der Startelf und ich sehe ihn auch, und das ist der einzige Vorteil, denn jetzt für diese intensiven Wochen, Freitag Leverkusen, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, vier volle Tage, bis dann am Mittwoch Bergamo wartet, also ich glaube, dass da auch nicht die große Rotationsmaschine angeschmissen wird, also ich denke, Chris Führig muss weiterhin erstmal schauen, wo er bleibt. Er muss über solche Joker-Einsätze sich wieder ran empfehlen, das ist klar, über die Trainingsleistung sowieso. Zweiter Spieler, der auf meinem Zettel steht, kurzer Schnack über Fabi Bredlow. Ja. Der ist wirklich, also Fabi Bredlow ist glaube ich die Nummer zwei, die du dir wünschst, ist mit dem Verein super identifiziert, ich weiß nicht, ob er mittlerweile sogar der dienstälteste Profi ist, ich glaube ja, müsst jetzt nochmal nachgucken, ihr da draußen wisst es bestimmt, gerne mal rein in die Kommentare. Super solide Leistung, dir hat er auch mit dem Spiel mit dem Ball sehr gut gefallen, war ja immer was, wo man gesagt hat, okay, da sind noch die größten Unterschiede zu Nübel, aber auch die Lücke wird ein bisschen kleiner. Ja, Sebastian Hoeneß hat ihn auf der Pressekonferenz explizit gelobt, auch für sein Spiel mit dem Ball. Ich erinnere mich an eine Szene, wo so ein halb hoher Ball kam, glaube ich, von den Lauterern und Nübel, ein Nübel sag ich schon, Fabi Bredlow ihn Nübel-like runternimmt, obwohl Gegnerdruck kommt. Also schöner Kontakt, direkt weitergeleitet, also er hat es super gemacht, da war überhaupt kein Wackler dabei, 0,0, er war grundsolide, hat gut Bälle abgelaufen, das war ja auch immer so ein Problem, wann komme ich raus aus der Box? Das Timing auch, Thema Spielpraxis. Super gemacht, also der war überhaupt, ich hatte überhaupt keine Sorge mit ihm im Tor und ich glaube, das ist genau das, was du dir als Trainer wünschst. Ja, absolut. Eine super zuverlässige Nummer 2, wenn du ihn brauchst, ist er voll da und ich glaube, Bredlow hat gezeigt, dass er es verdient, den Nummer 2-Status zu haben und ich glaube, bei ein paar Bundesligisten wäre er sogar die Nummer 1. Ja, im hinteren Bereich der Tabelle, so, also der Kiel-Keeper hat mir nicht so gut gefallen, sagen wir es mal so. Aber nein, Fabi Bredlow ist sehr verwurzelt, auf der anderen Seite muss sich Nübel keine Gedanken über seinen Stammplatz machen, da sind die Rollen einfach ganz klar verteilt. Gleiches gilt für die linke Abwehrseite, da dürfte ja Ramon Hendricks ran, ist auch der Typ Spieler, der über Einsätze in solchen Partien rangeführt werden soll, aber du siehst ihn auch noch vom Top-Niveau ein ganzes Stück weit weg, oder? Ja, ja, klar, also selbst gegen den Zweitligisten hast du gemerkt, dass er vor allem Tempo-Defizite hat, also das, was Kalle Stenzel ja rechts hinten immer so ein bisschen vorgeworfen wird, dieses fehlende Tempo, das hat Ramon Hendricks auf der linken Seite, also er hatte mit Jokota, den Lauterer, das war so der Wirbelspieler auf der Seite, er hatte ja echt Probleme, also wurde ein paar Mal richtig vernascht, richtig hops genommen, also der ist auch noch einen Ticken weit weg, aber da haben wir ja quasi fast alle angesprochen, bis auf eine Person, oder noch? Demirovic wolltest du noch drüber sprechen, weil du siehst noch so ein paar Defizite, wie er in das Spiel eingebunden ist, in die Abläufe im Offensivspiel, dagegen halten muss man einfach seine wahnsinnsgute Quote, also was die Torausbeute angeht, aber dennoch, umschreib mal, was dir noch nicht so passt, wenn du da genauer hinschaust im Spiel nach vorne. Also mir ist es gestern extrem aufgefallen, im Spiel, vor allem dann auch in der Schlussphase, wo dann ja die ganzen Nationalspieler in Anführungszeichen reinkamen, da ist er immer noch so ein bisschen, jetzt ist hier gerade fast hier eine Lampe im Hintergrund umgefallen, eine Lampe abgeschürzt, kriegt ja nicht mit, aber er ist noch so ein bisschen der Spieler, wenn es dann so um schnelles Kombinationsspiel geht und so One-Touch-Football, dann ist er oft der, der halt den Ball verkackt. Also er ist noch nicht so eingebunden ins Spiel und es geht auch nicht, wie Seru Girasis war, das war ja ein Stürmer, der sich ganz extrem oft, also wir wollen die Vergleiche gar nicht anstreben, nein, darf ich nicht. Du darfst sie auch nicht vergleichen, weil sie ganz andere Spieler sind. Ja, aber Ermedin Demirovic, ich habe immer das Gefühl, der hängt noch so ein bisschen in der Luft, also so richtig integriert ist er nicht und dagegen spricht ja ganz klar seine Torquote. Also er macht ja seine Dinger, aber trotzdem im Spiel hängt er ganz oft in der Luft. Ich würde mal gerne eure Meinung wissen, wie ihr die Personalie Ermedin Demirovic seht, vielleicht nicht ganz so kritisch wie ich, es war ja eins meiner Hot Takes vor der Saison, dass ich gesagt habe, ich glaube Demirovic wird es schwer haben und vor allem jetzt mit Elbilal Touré, der ja wohl scheinbar gezündet hat und der jetzt vielleicht endlich an dem Punkt angekommen ist, wo er am VfB helfen kann, dann wird es Demirovic schwer haben und es hat vor allem mit der Komponente Spiel mit dem Ball zu tun. In Augsburg war das schon ein Ticken anders, da war er eher so ein klassischer Boxspieler, wurde gefüttert, musste nicht so viel mitmachen im Spiel, also ich glaube, da hat er noch Potenzial nach oben, aber vom Charakter her ist er ein Spieler, der will, der will sich beweisen, der will weiterkommen, der will vorankommen und es glaube ich, dass er mit Trainer Sebastian Hoeneß an den Punkt kommt, wo er dem VfB weiterhelfen kann, aber gerade auch da sehe ich Touré vorne. Ich würde widersprechen, weil du ja die Leute nach ihrer Meinung gefragt hast, meine kriegst du ganz exklusiv hier. Hau raus. Ich finde, man sollte da gar nicht so viel rummäkeln, weil Demirovic, ja, du hast einen Punkt, was das Spiel mit dem Ball in den Fuß angeht, Bälle festmachen, mir fällt da gerade das Münchenspiel ein, wo das Duo und auf Demirovic einfach keinen einzigen langen Ball festgemacht hat. Ja, da gibt es noch Defizite, bin ich voll bei dir. Auf der anderen Seite ist der so ein wichtiger Spieler, was das Pressing angeht, wie der vorne ackert, welche Wege der läuft, was der da vorne mit der gegnerischen Abwehrreihe macht und dann seine Qualitäten im Abschluss, die sind ja gerade, da wir immer noch dieses Thema mit der Chancenverwertung so ein bisschen durch uns mit am Bein hängen haben hier, ist er, finde ich, unverzichtbar und ich würde gar nicht sagen, dass jetzt Touré oder so die Nase vorne hat, weil die beiden einfach so unterschiedliche Spielertypen sind. Also Touré mit seiner Schnelligkeit und so weiter, da ist Demirovic, dieser Ackergaul, nenne ich ihn jetzt mal im besten Sinne, einfach ein anderer Spielertyp. Ich finde es einfach, als Trainer würde ich mir so drei Stürmer, also das Undav Demirovic, Touré, die drei so unterschiedliche Profile mitbringen, das ist ja auch ein, das ist ja wie im Süßwarenladen als Coach. Also ich sehe es nicht so kritisch, eure Meinung, wie gesagt, gefragt, gerne her damit. Lass uns langsam auf die Ziellinie zu diesem Spiel einbiegen, wir fassen zusammen, 2-1 Sieg, ohne viel Glanz, brauchst aber auch nicht. Was stehen bleibt, ist das Neckarstadion, die neuerdings ja MHP-Ariena heißt, eine wahre Festung geworden ist, der VfB hat jetzt seit über einem Jahr kein Spiel mehr verloren, die letzte Heimniederlage war gegen die TSG Hoffenheim, ich erinnere mich noch, weil ich damals im Dienst war, so ein ganz wildes Spiel, wo Olli Baumann auch richtig gut war, ich meine, sogar ein Elfer gehalten hat von mir, oder? Nee, es war Underf, der hat glaube ich verschossen. Underf hat verschossen, stimmt, Underf hat verschossen, genau. Auf jeden Fall, das ist ein Teil des Höhenflugs der vergangenen Saison und ein Teil der Basis, worauf auch in diesem Jahr wieder was wachsen soll und du hast uns einen O-Ton aus der Mixzone mitgebracht, nämlich Fabian Rieder, der ja neu dazugekommen ist zur Mannschaft, Leihspieler, der da ein bisschen was dazu gesagt hat, was es für ihn auch bedeutet, jetzt hier beim VfB und im Neckarstadion zu spielen. VfB ist jetzt hier in dem Stadion seit über einem Jahr ungeschlagen, du bist jetzt seit Sommer dabei, wie nimmst du diese Atmosphäre hier wahr, was ist das, was euch als Mannschaft auch hier so stark macht? Ja, unglaublich geil, ich glaube, ich bin sehr, sehr happy für diesen geilen Verein spielen zu dürfen, erfüllt mich mit Stolz und ich glaube, die Fans sind unglaublich, jedes Spiel geben sie Vollgas und wir als Mannschaft wollen das Beste geben für die Fans, die jedes Spiel hier sind, ist immer ausverkauft, ich glaube, ist auch nicht selbstverständlich und von dem her, ja, ich glaube, etwas Besseres oder etwas viel Besseres als der VfB gibt es hier in Deutschland nicht. So, das muss euch runtergehen wie Öl, denke ich mal, was Besseres als den VfB gibt es in Deutschland nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr die Stimmung meint oder das Fußballerische oder eben alles im Gesamtpaket. Was finde ich wirklich zu unterstreichen, ist es dieser Faktor, die Schüssel ist jedes Mal voll, es ist jedes Mal ein absolutes Erlebnis, es ist laut, es ist eine super Support und das würde ich als Brücke nehmen, um ganz kurz noch das Kiel-Spiel mit reinzunehmen. Da war es ähnlich, tolle Choreografie, eine Wolle-Kriwanek-Choreografie vom Anpfiff, der ganze wilde Süden strahlt in weiß und rot. Ich habe hier auf meinen Zettel nur geschrieben, Arbeitssieg, ich sage da gar nichts, wir müssen da jetzt gar nicht groß in die Analyse gehen, wir haben die Gelb-Rote für Schabot angesprochen. Mein erster Reflex war so, boah, es ist aber eine harte Entscheidung, auf der anderen Seite ist es halt auch so maximal dämlich von ihm, dann nochmal hinzugehen, innerhalb von drei Minuten sich zweimal Gelb abzuholen. Ja, da kriegst du jetzt auch keinen Fleiß-Sternchen vom Trainer für. Sebastian Hünnes hätte auch ein bisschen geschumpfen mit ihm, also alles in An- und Abführung natürlich. Aber das bringt uns, glaube ich, nochmal zu so einem Schlussstrich für dieses Kiel-Spiel und für das Lautern-Spiel. Ich meine, davor, Juve, Champions League war natürlich ein absolutes Highlight-Spiel, aber das waren jetzt zwei Spiele, die musst du einfach ziehen. Genau. Und das haben sie. Sie haben gewonnen gegen Kiel, eklig, 2 zu 1. Sie haben gewonnen gegen Lautern, auch keinen Schönheitspreis gewonnen, aber 2 zu 1 gewonnen. Und so hast du unterm Strich zwei Spiele, wo du sagst, die musst du ziehen als Spitzenmannschaft. Auch eine Drucksituation gewesen, gerade in der Liga, weil es darum ging, wir müssen den Anschluss halten ans Tabellen, obere Tabellendrittel. Genau, und du ziehst die beiden Spiele und du gewinnst beide Spiele. Also deswegen, zweiter Anzug sitzt oder sitzt nicht hin oder her oder du musst stiller noch reinwerfen und das ist ja völlig schnuppe, weil am Ende du gewinnst drei Spiele in Folge, ziehst zwei so ekliche Spiele, einmal gegen den Aufsteiger, einmal gegen den Zweitligisten im DFB-Pokal und das ist eigentlich doch genau das, was zählt und es muss dir einen Push geben, es muss dir eine breite Brust geben für die anstehende Hammerwoche, Danny. Am Freitag geht es nach Leverkusen, dann am Mittwochabend, du wirst in der Schüssel sein, Atalanta-Bergamo, Champions League, zweiter Heimspieltag für den VfB und dann, glaube ich, Samstag oder Sonntag? Sonntag. Sonntag darauf Heimspiel Eintracht Frankfurt. Ja, leck mich, oder? Das ist ein richtiges, richtiges Brett, vor allem Leverkusen. Also wir haben es hier angemerkt, nochmal so, ruft euch die letzten Duelle einfach mal in die Erinnerung. Also das war fußballerisch absolute Feinkost, das war emotional, das war spannend und sei es im Pokal, sei es in der Liga, das war, also was ich gesehen habe, die Spiele, wo ich da war und das waren die Ligaspiele, das war zu dem Zeitpunkt das Beste, was der deutsche Fußball zu bieten hatte. Deswegen bin ich sehr gespannt, jetzt am Freitagabend, du wirst es begleiten für unsere Redaktion, Leverkusen als amtierender Meister holpert so ein bisschen, muss man glaube ich sagen, aber es holpert halt so ein bisschen, weil die halt letztes Jahr eine quasi makellose Saison gespielt haben und das wird halt als Maßstab angelegt. Was erwartest du? Erwartest du wieder so einen krassen Fight, so ein emotionales, geiles Freitagabend-Flutlichtspiel oder kann das vielleicht dieses Mal auch aufgrund dieser Mühle, in der beide Teams ja drin sind, Pokal, Champions League, kann da ein bisschen die Spannung rausgehen und es wird vielleicht mal ein schnödes 0-0? Ne, 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 auf gar keinen Fall. Also ich glaube, die Ausgangslage für dieses Freitagabendspiel könnte nicht besser sein. Also beide Teams haben gestern am Dienstagabend den Pokal gespielt, Leverkusen kam ganz souverän, 3-0 gegen Elversberg weiter, haben überhaupt 0,0 anbrennen lassen. Ich glaube, schon nach 76 Sekunden hat Patrick Schick das 1-0 gemacht für die Werkself, da war das Ding eigentlich schon tot. 2-0 gleich auch wieder Patrick Schick nachgelegt, also das Ding war von Anfang an durch und auch Leverkusen hat komplett rotiert. Also haben, glaube ich, auch acht oder neun Wechsel in der Startelf vorgenommen. Einzig der Ankerspieler, Czaka, so auf der Holding Six, hat da wirklich gespielt als Stammspieler. Auch auf der Torhüterposition war wieder Kovar im Tor, Radecki hat eine Pause bekommen. Also sowohl der VfB als auch Leverkusen haben ihre Stammspieler, ihre Unterschiedsspieler geschont. Leverkusen hat das ein bisschen besser gemacht und das ist das, was ich eben meinte mit diesem zweiten Anzug. Also Leverkusen hat die Stammspieler nicht gebraucht, um das Spiel zu ziehen, sondern die haben wirklich komplett nicht gespielt. Die haben die geschont, Wurz wurde da noch reingeschmissen ganz am Ende, aber eher so, um einfach nochmal ein bisschen im Rhythmus zu bleiben. Der VfB, bei denen war es schon ein bisschen enger und deswegen die Ausgangslage, ich glaube, es gibt keinen Fußballfan, der die Bundesliga intensiv verfolgt, der sich nicht auf dieses Spiel freut. Also Flutlicht, Freitagabend in der Bay-Arena und ich erinnere mich an das Supercup-Spiel, das Stinkefinger von Victor Boniface in Richtung VfB-Bank, da gab es richtig hitzige Diskussionen, Elfmeterschießen, das ist ja quasi Spitz auf Knopf im Spiel und dann auch in der Mixzone. Ich glaube, ich habe gestern, ich glaube, es war Felix Arnold von der BILD, mit dem ich zum Auto gelaufen bin und er hat gemeint, er hat nach dem letzten Spiel in Leverkusen entschieden, er fährt nicht mehr nach Leverkusen. Er hat da keinen Bock mehr, weil er gemeint hatte, selbst er als Journalist wurde bepöbelt. Was? In Leverkusen? Ja, ja, ohne Witz. Leit lag es an der BILD-Zeitung. Das kann gut sein, lassen wir mal so stehen, aber auf jeden Fall, da ist eine hitzige Stimmung und ich glaube, jetzt schon, Stuttgart gegen Leverkusen wurde ja letztes Jahr so ein bisschen als der neue Klassico in Deutschland betitelt und ich glaube, das Spiel am Freitag, da können sich alle drauf freuen, das wird ein absoluter Leckerbissen, fußballerisch und da sind wieder zwei Teams, die mit den Zähnen, äh, mit den Messern zwischen den Zähnen, die werden auf den Platz gehen. Ich sehe es schon wieder und ich habe ihn bei Kick Base, es tut mir irgendwie ein bisschen weh im Herzen, aber Robert Andrich, ich habe ihn in meinem Line-Up, der wird wieder richtig eklig da im Zentrum abräumen und da wird es einige Fetzereien geben und ich freue mich auf das Spiel. Ich habe so das Gefühl, aus der jüngeren Vergangenheit, so der VfB will die jetzt endlich mal knacken, sie waren so oft so nah dran, sei es in der Liga oder im Pokal, wo es letzte Runde dann erst in der Nachspielzeit in Richtung Leverkusen gekippt ist, wo man immer gesagt hat, so Mensch, der VfB war die einzige Mannschaft, die die wirklich mal am Rande einer Niederlage hatten und ich nehme da so, ohne dass es jemand ausspricht von den Verantwortlichen oder von den Spielern, nehme ich da schon so wahr, die wollen die einfach mal knacken, um es sich zu beweisen, so ey, wir können die auch. Die wollen die killen. Die wollen die jetzt mal rausnehmen und sie haben natürlich das Zeug dazu. Wir erwarten natürlich gegen Leverkusen ganz klar wieder eher die A-Elf, also sprich Mio, Undav Demirovic vorne drin, Leveling und Co, Defensive dann auch wieder alles beim Alten. Ich erwarte nicht Demirovic, sondern Touré. Ja, ja. Ja, vielleicht, ja. Also Leverkusen ist ja auch eine Mannschaft, die viel Ballbesitz hat und das gibt dem VfB die Möglichkeit, über Balleroberungen und schnelles Umstallspiel schnell und vertikal in die Tiefe zu kommen. Das bedeutet, ich denke, dass Mio und Leverling auf den Außenbahnen gesetzt sind erstmal und dann sehe ich in der Spitze Touré und Undav. Weil du eben dieses vertikale Spiel mit Touré umsetzen kannst, hat der auch schon gegen Kiel gezeigt, nimmt den Ball mit viel Tempo auf, steckt schön durch auf Undav. Es war ja eine absolute Traum, Koproduktion der beiden Stürmer. Also die beiden sehe ich absolut in der Startelf. Dann hast du natürlich deine unangefochtene Sechser-Position mit Kachasor und Stiller. Ja klar, aber dann hast du Mittelstädt, Safe hinten links, Wagnermann hinten rechts, Rouault, Nübel und dann ist die Frage. Da ist das große Thema. Schabot, wer ersetzt Schabot? Wie machst du es? Lässt du Chase und Rouault in an? Das wäre meine Vermutung. Schreibt gerne mal, wen ihr erwartet. Wer wird den Abwehr Jeff ersetzen, der sich ja diese absolut unnötige gelb-rote Karte eingehandelt hat, die glaube ich da in dem Moment nochmal schmerzhafter jetzt ist, weil das Kiel-Spiel haben sie dann noch gezogen. Klar wurde hinten raus nochmal eng, hat aber gereicht und jetzt halt so, ja scheiße, ich spiele nicht gegen Leverkusen. Und ich glaube, das ist der Knackpunkt. Für den ehemaligen Kölner natürlich auch noch Derby-mäßig so interessant gewesen. Und das ist der Knackpunkt und ich glaube, wenn ich jetzt eine Glaskugel hätte, dann würde ich sagen, diese schiere Offensivwucht, diese schiere Qualität, die Leverkusen hat vorne drin, Bonnie-Face, Wirtz, das ist so geil. Aus Fußballersicht, was die da vorne machen, Chaka, das ist so geil einfach. Und wenn du da halt einen jungen Henri Chase reinschmeißt, gegen diese Qualität, ich glaube, am Ende des Tages wird das, dieses Spiel wird entschieden wieder durch ganz, ganz minimale Faktoren. Das werden zwei Teams sein, die sich auf dem Feld wirklich wieder bekriegen, emotional spielen, das wird ein rasantes Spiel und so ein Spiel, Danny, du weißt es am besten, wird immer entschieden durch Kleinigkeiten. Ich weiß es am besten, weil ich da schon dabei war auf dem Platz. Du hast zuletzt immer die Leverkusen-Spiele gemacht von uns beiden. Ja, das stimmt. Die Spiele wurden immer entschieden, die waren gelevelt und dann hat halt einer irgendwo einen Fehler gemacht oder es gab halt so einen Lichtmoment von Wirz, von sonst wem und ja, da hast du recht. Und da ist dieser entscheidende Faktor ist, ja, die Abwehr, die IV-Position. Ito und Anton zu Chase und Ruho. Ja, ist halt ein Qualitätsunterschied. Es ist ein Qualitätsunterschied und ich glaube, das wird das Spiel entscheiden. Schreibt es uns gerne in die Kommentare, was ihr meint, wie das Leverkusen-Spiel ausgeht, was das Spiel entscheiden wird. Ich denke, das wird es entscheiden. Der VfB wird seine Aktionen bekommen in der Offensive, der VfB wird treffen. Ich bin mir ziemlich sicher, aber Leverkusen wird den Ticken besser sein. Und deswegen glaube ich, zumal zu Hause... Ja, ich glaube, der VfB holt den Leverkusen nichts. Andererseits könnte man einwerfen, um noch ein bisschen Optimismus reinzubringen. Haben sich zu Hause zum Beispiel auch gegen Kiel wahnsinnig schwer getan. Lagen sogar 0-2 hinten, dann die große Moral, 2-2 noch geholt. Aus fußballerischer Sicht sind natürlich die nächsten Spiele, die anstehen, nicht nur Leverkusen ein richtiges Leckerli, ein richtiger Schmackofatz, wie dieser dicke Whisky-Taster in dem Video sagt. Das hat nichts mit einem Big Tasty zu tun. Wir gehen noch kurz, wir müssen ja Bergamo mit reinnehmen, weil wir dazwischen keine Folge mehr haben. Darauf freue ich mich mit am meisten. Rein fußballtaktisch, weil Atalanta Bergamo so einen geilen Ball spielt. Der Kollege Philipp Meisel hat sich vor Ort angeschaut gegen Celtic Glasgow. War ja das Mittwochsspiel, nachdem der VfB in Turin gespielt hatte. Der Philipp ist direkt weitergefahren, hat sich Bergamo angeschaut und hat mir danach gesagt, Danny, die bessere italienische Mannschaft ist Atalanta. Organisierter, griffiger, schärfer, besser abgestimmt. Gasperino, Gasperini, super erfahrener, guter Coach, amtierender Euroleague-Sieger. Ich freue mich wahnsinnig auf das Spiel, was aber Leverkusen und Bergamo ein wird. Gelevelt, in beiden Spielen natürlich Siegchancen. Für den VfB ist ja klar, auch eine gute Mannschaft. In beiden Spielen werden letztlich Kleinigkeiten den Unterschied machen. Du hast jetzt gesagt, Chabot könnte gegen Leverkusen der Faktor sein. Wir sind gespannt, wie es gegen Bergamo ist. Wir brauchen noch zwei Tipps zum Abschluss dieser Folge. Du hast jetzt schon gesagt, du siehst Leverkusen ein bisschen vorne. Jetzt gieß es mal in ein Ergebnis. Was ist deine Prediction für das Auswärtsspiel in Leverkusen und das Heimspiel gegen Bergamo? Ich glaube, dass Leverkusen 4-2 gewinnt. Kleine Kneipenschlägerei am Freitagabend. Ja, ich glaube, das wird wirklich ein rasantes Spiel und ich sehe Leverkusen einfach in der Offensive den Ticken stärker, als der VfB in der Defensive ihn begegnen kann. Und ich glaube, gegen Bergamo reißt die Heimmacht des VfB Stuttgart. Ich glaube, es gibt jetzt zwei Niederlagen in Folge, Danny. Der VfB verliert das erste Mal seit über einem Jahr, seit dem 28. Oktober 2023. Verliert der VfB wieder ein Heimspiel gegen Bergamo. Ich habe die auch verfolgt. Ich schaue mir die gerne an. Die sind sehr gut. Die sind sehr gut organisiert. Die sind nicht so spielerisch stark, aber die haben eine ganz klare Struktur. Und das macht sie so gefährlich, weil sie einen ganz klaren Plan haben. Und ich glaube auch, dass Bergamo das Ding eklig 2-1 zieht in Stuttgart. Ich bin heute für den Optimismus zuständig. Ich tippe, dass sie Leverkusen auch wehtun werden. Ich sehe es wie du, aber dass sie auch dem VfB wehtun werden aus den Gründen, die wir genannt haben. Ich tippe auf ein 2-2. Auch eine kleine fußballerische Kneipenschlägerei. Bergamo tue ich mich ganz schwer, sage ich ganz offen. Ich glaube, Heimspiel VfB wird ein Riesenfaktor sein. Chabot ist mit dabei, wird auch wieder stabilisierend wirken. Ich glaube, es gibt zwei Remis in Folge und die Heimserie bleibt bewahrt. Ich tippe 1-1 im Heimspiel gegen Bergamo. Eure Tipps natürlich auch gerne ab in die Kommentare damit, denn wir sind am Ende unserer Folge angelangt. Vier Spiele besprochen. Können wir eigentlich Feierabend machen? Wunderbar. Für mich bleiben noch die Verabschiedungen und Hinweise hier hinten rauszunehmen. Also holt euch eure News, äh, unsere News-App, ZVW News-App, ab in die Stores. Kriegt ihr alle Texte von Simi am Freitag und von mir am Mittwoch dann aufs Smartphone gepusht. Kommt in unseren WhatsApp-Channel. Link hängt unten in der Beschreibung drin. Und wir weisen mal nochmal gerne auf unser On-Tour-Format hin. Wir machen jetzt mittlerweile in regelmäßigen Abständen nach den Spielen kleine Snippets für YouTube, wo wir die Spiele nochmal ein bisschen Revue passieren lassen. In der Regel vor Ort für euch. Schaut da gerne mal rein. Also wir reden über den VfB On-Tour. Hat sich etabliert, macht uns auch, glaube ich, ein bisschen Spaß, nochmal so ein bisschen ungefiltert, da was rauszulassen. Wir zeigen euch da auch viel im Bewegtbild. Deswegen gibt es das nicht als Podcast, sondern als reines YouTube-Format. Gerne reinschauen, gerne Feedback geben. Bislang war das übermäßig positiv eigentlich. Deswegen haben wir es jetzt auch so ein bisschen ausgebaut. Ja, ansonsten bleibt uns treu und gewogen. Hört hier gerne rein. Und nochmal Live-Podcast. Live-Podcast. 21. November, 19 Uhr, zum Matthias, ins Kalaluna, nach Schaundorf kommen. Ist sowieso immer eine gute Idee, weil es eine absolut grandiose VfB-Kneipe ist. Also wenn ihr mal nicht schauen könnt im Stadion oder auswärts, dann geht ihr ins Kalaluna. Besser wird es nicht, außer halt am 21. November, wenn wir mit unseren ganzen Freunden und Kollegen da auf der Bühne sitzen und einen ganz tollen Abend mit euch machen werden, wo ihr natürlich auch wieder die Möglichkeit bekommt, während der Veranstaltung, aber auch nach der Veranstaltung mit uns ins Gespräch zu kommen. Wir planen wieder einen großen Frage- und Gesprächsblock. Ich erinnere mich, im Frühjahr hatten wir die große Porsche-Präsidenten- emotionale Diskussion mit euch schon auf der Bühne. Hat großen Spaß gemacht. Dieses Jahr wird es, glaube ich, was das Vereinspolitische angeht, deutlich reduzierter ablaufen. Also Kalender raus, 21. November, Kalaluna, Schaundorf, 19 Uhr. Das ist der Place to be. Simi, unser Place to be war hier mal wieder das Podcast-Studio. Auch schön, mal wieder hier vor Ort aufzuzeichnen. Nächste Woche bin ich wieder mit Daniel on Tour beim Heimspiel gegen Bergamo. Werden wir da auch direkt im Stadion eine Folge aufzeichnen. Und mir bleibt nur zu sagen, danke, dass ihr reingeklickt habt, reingehört habt. Danke, dass ihr so fleißig kommentiert. Lasst gerne Likes da, lasst gerne Kommentare da. Das hilft uns wunderbar. Und wir hören uns dann einfach nächste Woche wieder oder auch schon ein bisschen davor in unserem wunderbaren On-Tour-Format. Das soll es gewesen sein. Simi, danke für die Zeit. Danke für deinen Einsatz gestern Abend, dass ich meinen Geburtstag feiern konnte. Große Klasse von dir. Danke für die Glückwünsche. Hat mich sehr gefreut. Also, wir hören uns bald wieder. Kommt gut durch die Woche. Ciao. Wir reden über den VfB. Ein Fußball-Podcast des Zeitungsverlags Weiblingen gemeinsam mit die neue 107.